Willkommen! Ein echtes super Sofa habe ich jetzt für Sie und zwar von unseren neuen Markenpartnern Himmola aus Taufkirchen an der Vils. Dieses Sofa heißt 4602 Easy Comfort und ist ein Sofa, das mehr kann, wie Sie ihn ansehen. Aber zuallererst, es ist schon auch so sehr, sehr bequem. Sie haben hier oben eine Kopfteilverstellung, Sie können das nach vorne nehmen, nach hinten, das ist schon mal das eine. So hat jede Größe seinen Komfort und Sie haben hier eine magnetische Fernbedienung, die unter dem Leder ist ein Magnet und deshalb hebt diese Fernbedienung immer aufgeräumt eine Fußstütze, die ausfährt. Also wirklich dem Namen nach entsprechend Easy Comfort. Das ist noch nicht alles, der Sofa kann noch mehr. Sie haben hier an der Seite einen Hebel, den ziehen Sie und dann können Sie mit dem Rücken nach hinten, also eine Gasdruckfeder hilft Ihnen dabei. Und jetzt macht es natürlich Sinn, weiter nach vorne zu gehen, damit ich hier in meine Sportschau schauen kann. Bequemes liegen auf beiden Sitzen, quäle mich darüber, ziehe jetzt zuerst einmal hier, dann fahre ich die Fußstütze aus. Ein Messestück in Leder Longlife Rustica Safran oder Curry, schöne warme Farbe, passt auch sehr schön zu Holz und zu Dunkelbraun. Zwei Luxusplätze zum Sparpreis von unserem neuen Markenpartner Himmela. Ich finde es ein ganz tolles Stück, deshalb habe ich es auch bei uns gegenüber von der Theke aufgebaut, hatte auch am Samstag schon Kunden drauf. Vielleicht sind Sie aber der Schnellste, würde mich freuen. Dankeschön und tschüss. 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 Vielen Dank.